Ja klar, du kannst nochmal zwischenlegen, legst du das auch dazwischen, ja, bei einer Karte nochmal zwischenlegen, dann hab ich doch richtig Bock drauf, ah? Eigentlich spitzt gar keine Rolle, was für ne Farbe jetzt? Blau wär mir lieber, weil mal über die, über 80% meiner Karten sind blau. Alter. Warte nun. Oh, ey, nach der zweiten Karte kommst du die Karte, die ich brauche. Hey. Und hier, hast du das? Jawoll. Natürlich hat er herzlicher Vorhersein. Du machst jetzt auch weiter, auch schade. Ich dachte schon, er kriegt jetzt wieder Karma-Stelle, jetzt krieg, pass auf, ich dachte schon, ey. Wer wollte ja gerade dazwischenlegen? Bleibt alles, so wie es ist. Wetten, eh, wetten, da ich schon kann wieder dazwischenlegen, bei drei Karten, wetten? Möglich ist alles, mein Junge. Danke. Er freut sich richtig drüber. Oh, das ey. Er hat gewonnen. Ach, was? Es wär mir doch so egal gewesen. Hauptsache vorbei, ne? Ach. Komm, ne vier. Plus vier, schade. Hey, wechsel doch nicht die scheiß Farbe, Mann. Ich kann nichts dafür. Was ist denn los bei dir? Ich kann nichts dafür. Ach, der, ne. Ach komm, das reicht mir schon wieder. Ach, scheiße. Oh, Leon freut sich heute richtig, ey. Der geht sehr fröhlich ins Bett, glaube ich. Ja, guck mal, na, guck mal, da. Blau. Aber dafür kann er immer gut schlafen. Blau, blau. Grün. Ja, klar, kannst du dazwischenlegen, aber auch nicht. Ja, natürlich hab ich keinen grünen, nur natürlich keine drei. Warum auch, ne? Och, Alter, wie lange soll ich denn jetzt noch von dir kassieren? Paul hat dir viel mehr Unrecht angetan. Ja, stimmt. Aber ich kann jetzt immer dazwischenlegen, wirst du geil. Ich kann ja jetzt nichts machen, jetzt. Das könnte ich ändern. Ja. Doch. Ja, machen wir noch demnächst. Weiß einer, welche Farbe er hat? Äh, gelb oder grün hat er. Ah. Glaube ich. Hm, okay. Ich wollte eine Wunschkarte schon machen, aber... Also, wo ich als letztes eine Karte gesehen habe. Wegen den Anfechten. Alter, schon für die drei so lange muss ich gar nicht zocken. Wenn man überlegt, vor einer dreiviertel Stunde haben wir gesagt, wir zocken eine kurze Runde Uno. Ja, das war aber dann so... Das war... Nee. Na doch, kommt plus vier. Ach, Digga, ganz ehrlich, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Äh, brauchst du auch nicht. Nee, deine Lache, darüber muss ich mich mehr aufbringen. Ach, ja, ich bin kaputt. Mein Hals ist weh. Zahl ihm das Heim. Jetzt, let's go. Danke. Danke. Der mag mich nicht mehr. Nicht in Uno, nee. In Uno... Äh... Drecks Pelikan, Alter. So, ich wünsche mir was und ich hoffe, du hast es jetzt. So, ich wünsche mir jetzt von dir rot. Mal gucken, ob das das ist. Aber in Uno bist du für mich ein richtiger Pan-Pan. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Häää, oh, scheiße. Häää, ich bin der Paul. Es tut mir so leid, wie ich jetzt mir irgendwie eine Karte reindrücken muss. Nein. Doch. Oh, fuck. Paul. Ach, ja. Ach, mit euch spiele ich nie mehr Uno, Alter. Was ist denn das hier? Ja, ich spiele auch mit Chris in Uno, Digga. Was ist denn nur Uno? Das kann doch echt egal sein. Ich will aber jetzt auch nicht mehr. Ich will es auch nicht. Äh, ja, 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 ja. Raus aus dem Schmutz. Äh, raus aus. Oh, okay. So, das war... Das war... Das war der Blockbuster. Leon, viel Spaß euch noch. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Er ist ja überhaupt nicht geplant gerade. Das war jetzt gerade nicht geplant. So, Leon, Damen und Herren, das war also das Blockbuster-Dingens mit... Leon. Ja, und damit auch die letzte Runde Uno für immer. Leon. Direkt gelöscht. Liebe Damen und Herren, lasst ein Like auf jeden Fall da, weil ich werde bestimmt diese Scheiße schneiden. Abonniert diesen Kanal und werde dumm. Ich spiele nicht lieber Farming Simulator. Ja, let's go. Und hier. Nee, Digga. Wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Macht es gut. Eure Jungs. Euer Pan Pan. Eure Jungs. Eure Jungs.